Hallo Joe Cognito, hallo YouTube. Ich bin Superfax und ich mache Let's Plays von unbekannten und vergessenen Perlen auf YouTube. Dies hier ist mein Eintrag für den Dein Stimme Contest vom Videoamt und ich mache mit, da ich der Meinung bin, dass ich keine Allerwelts Stimme habe und sehr angenehm zum Zuhören bin und außerdem einige meiner Abonnenten mir bereits gesagt haben, dass ich eine sehr angenehme Stimme habe und diese perfekt für eine Erzählerrolle in einem Hörbuch geeignet wäre. Ob das so ist, könnt ihr euch ja selbst ein Bild drüber machen. Ihr habt hier meinen Beitrag und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video seht.